Heute wird ein kleiner Junge seinen eigenen YouTube-Kanal gründen. Ja! Oh mein Gott, das ist die neue Prime. Das ist mein iPhone. Wow! Schau mal rein, wie gefällt es dir? Ey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute ist es soweit. Ihr habt 5000 Likes geschafft in dieses Video. Und heute wird Leontien seinen eigenen YouTube-Kanal gründen, Leute. Es wird sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, Leontien, bevor wir das machen, gehen wir jetzt erstmal ins Zimmer. Oder, nee, lass erst mal losgehen und ein iPhone kaufen, ne? Ja! Weil du brauchst auch ein iPhone dafür, Leute. Deswegen, let's go. Hast du Bock, Leute? Auf jeden Fall sehr nice, würde ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal raus, das iPhone kaufen und vieles mehr, ne? Aber ey, wir müssen schauen, ob das in meine Hosentasche reinfällt. Ja, ja, auf jeden Fall. Du brauchst bei mir das beste Telefon dafür. Ich werde das natürlich alles bezahlen. Deswegen, Leute, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Abonniert alle Leontien, erster Link, unter Video, schreiben ganz wichtig. Und abonniert meinen Kanal, Leute. Jetzt alle sofort abonnieren, dafür, dass ich mich in Ehren machen bin. Let's go, Leute. So, Leontien, da du jetzt auch ein richtiger YouTuber bist. Und alles iPhone hast du ja auch schon. Brauchst du, wenn wir hier noch ein paar Sachen, würde ich sagen. Welche denn? Ja, weißt du, als YouTuber brauchen wir auch ein paar geile Stativen. Das stimmt, das hast du schon, haben wir auch schon eingerichtet. Stativ oder sowas. Irgendwas, das wäre auch geil. Hier sowas zum Beispiel, weißt du, kannst du auch immer gut Fundmeer-Bilder machen. Oder mal ein paar TikToks aufnehmen. Würde ich sagen, ey, komm, lass mal das Licht hier kaufen. Das hier. Aber einen Stativ habe ich doch schon. Ja, man braucht immer zwei. Ich habe vier Stück, glaube ich, davon. Und jedes verliere ich ständig. Oh, da weißt du was? Komm, was soll denn der Geiz? Wir nehmen große das hier. Ja. 79 Euro. Let's go. Ich hab doch keinen. Hier in der Mitte das Ding hier. Pack einen. So, dann wird das auch noch gekauft, ne? Ich freue mich recht schon. Ja, das ist das iPhone. Ja, das stimmt. Was bekommen wir sonst noch was brauchen, ne? GoPro. Stimmt, eine GoPro. So, Leontien, da du auch richtiger YouTuber werden willst, haben wir jetzt auch das Licht. Ich würde sagen, let's go, wir gehen jetzt mal weiter, ne? Kaufen noch mehr. Ja, das kommen wir jetzt gleich auch noch, gehen wir zum anderen Geschäft mal hin, ne? Andere Location. Let's go, Leute. So, Leontien, bist du bereit? Ja. Jetzt geht's los, jetzt werdet ihr dein iPhone gekauft. Wir gehen jetzt erstmal in den Apple Store. In den Apple Store. Let's go, Leute. Ich bin hier, ey, Marvin, ich schwöre auf alles, ich war nur einmal im Apple Store. Ja, und wie ist der? Richtig krass. Der Jacuzelle, ne? Ja, Jacuzelle. Alter, Leute, ich habe euch den Apple Store richtig krass, ne? Oh mein Gott. Let's go, da gehen wir jetzt rein. Richtig fett. Guckt euch mal diese ganzen iPhones alle an. So, wir müssen jetzt erstmal ein iPhone für dich kaufen, ey. Guckt euch mal an diese ganzen Handys hier. So, Leute, Leontien hat sich jetzt entschieden. Er will das weiße iPhone 15 Pro Max haben. Das kaufen wir jetzt. Danke schön. Ey, das wird so krass, Leute. Ey, ich bin ein Panzerglas und dick. Ja, ja, natürlich holen wir alles. Weil ich bin eh ganz toll packt. Genau. Ey, Leute, sagt, lass, wie gesagt, den fetten Daumen hochladen, mach's los, Abo. Ich zahle das jetzt alles hier. Let's go, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir alles gekauft haben. Ey, Leute, wir haben es komplett gekauft. Das neue iPhone. Ey, Leontien. Hier. Schau mal rein, wie gefällt's dir? Einfach das neue, Leute. 15 Pro Max. Digga, das so fett. Ja, natürlich. So, Leontien, lass jetzt mal anfangen, ne? Dein iPhone einrichten. Ey, richtig fett. Oh mein Gott, Leute. Pack's mal aus. Ey, das ist so krass. Ey, du hast einfach ein iPhone 15 Pro Max. Pack's mal aus. Oh mein Gott. Sag ehrlich, wie ist es? Geil. Richtig geil, ne? Junge, okay, hier haben wir so Ladekabel. Okay. Hier, warte. Zieh mal die Folie ab. Das ist geil, ne? Oh mein Gott. Richtig fett, Leute. So, Leute, ich werde sagen, wir richten das jetzt ein und sehen wir uns gleich wieder. Let's go. So, Leontien, lass dir jetzt mal den Kanal erstellen, ne? Ja. Geh mal auf Anmelden. Let's go. So, Leute, ich werde jetzt hier alles soweit einstellen. Dann machen wir jetzt gleich den Namen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Haben wir schon ein Profilbild? Ne, das machen wir jetzt gleich alles. Let's go, Leute. Wir gucken gleich mal. So, Leute, ihr seht, das ist jetzt alles zensiert, dass wir dann gleich der Name sein, wie der Kanal heißen wird. Also, sehr nice. Leontien, ganz wichtige Sache, wie soll der YouTube-Kanal heißen? Weiß nicht. Wollen wir ihn Leontien nennen oder Kleiner Junghain? Wie willst du heißen? Ich weiß nicht. Guckst du was aus? Wollen wir erstmal Leontien machen? Das ist Kleiner Junge. Ja? Wollt du dein Kanal Kleiner Junge heißen? Ja, okay. So, Leute, wir haben jetzt den Kanal erstellt. Leontien heißt der. Unbedingt abchecken in der Videobeschreibung, wir werden jetzt noch Profilbanner und Bilden alles ändern. Und natürlich das erste Video auch direkt hochladen, ne? Ja. Let's go, das machen wir jetzt mal eben. So, Leontien, wir müssen jetzt auch noch professionelle Bilder eben machen, ne? Da hast du ja schon den Burger-Pommes-Hoodie angezogen, ne? Hier haben wir dein Lichthammer gekauft. Jetzt machen wir eben noch ein Foto. So, lass mal eben das Foto machen. Machen wir erstmal nochmal ein schönes Bild hier vor der Wand, ne? Let's go. So, Leontien, hier haben wir übrigens ein geiles Licht, was wir aufgebaut haben, Leute. Richtig nice, haben wir auch von mir gekauft. Ey, Marvin, Marvin, schau mal, ich hab schon neun Abonnenten. Und schaut mal seinen Kanal, Leute. Ihr müsst jetzt alle abonnieren. Schau mal, ich hab schon neun. Richtig geil, ja. Und schaut mal den Banner an, Leute. Sieht richtig geil aus, das Profilbild. Leontien, wie findest du den? Richtig krass. Ey, Leute. Ihr werdet jetzt immer richtig krasse Videos kommen. Deswegen müsst ihr jetzt alle den Kanal abonnieren, Leute. Erster Link unter der Videobeschreibung. Und ich würd sagen, wenn der Kanal, wenn wir nach 500 Abos hat, laden wir direkt ein Video hoch, ne? Leute, ihr müsst jetzt alle abonnieren. 500 Abos kommt Leontien sein Video direkt. Wir werden das hier noch aufnehmen, ne? Ich würd sagen, wir machen das jetzt auch noch direkt. Und ja, lasst jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo, Leute. Abonniert doch gerne diesen Kanal. Und schaut mal in die Kommentare, was für Videos wollt ihr gerne von Leontien sehen, ne? Und ich war übrigens sein erster Abonnent, Leute. Also richtig nice. Ich würd sagen, Leontien, wir beide machen jetzt erstmal ein Video. Let's go. So, Leontien, da du jetzt ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal hast. Und was auch richtig krass ist, hab ich mir jetzt überlegt. Es gibt jetzt was ganz, ganz Neues, ein exklusives, Leute. Und zwar gibt es einfach bei McDonalds den Taki-Burger. Was? Richtig krass, Leute. Und das ist noch nicht alles. Und zwar, die haben gerade so eine Sonderaktion. Es gibt einfach auch Prime bei McDonalds, Leute. Eine ganz, ganz neue Sorte. Die werden wir heute testen. Ja, unser eigenes Prime-Getränk von Logan Paul. Und wie heißt die andere nochmal? Jack Paul oder wie heißt der? Ja, Jack Paul. Die beiden, ne? Oder wie? Ah, nein. Case Eye, Case Eye. Genau, von Logan Paul und Case Eye. Das neue Getränk bei McDonalds. Richtig geil, wenn wir das jetzt gleich testen, Leute. Lasst, wie gesagt, einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, Leontien sein auch. Und ja, ich hab auf jeden Fall Bock. Hast du auch Bock? Ja, richtig Bock. Ich auch. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das schon getrunken habt. Ja oder nein. Oder ob ihr den Taki Burger probiert habt. Ich bin gespannt. Let's go, Leute. Wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. So, Leute. Wir sind jetzt angekommen hier bei McDonalds. Ey, Leontien, ich sage ganz ehrlich. Ja. Ich hoffe echt, dass die das Getränk haben. Und natürlich auch den Taki Burger. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal gemeinsam rein, Leute. Und gucken, ob wir es hier finden. Let's go. Ich bin gespannt auf jeden Fall. So, lass erstmal reingehen, ne? Die Junge, ist ja einiges los, ey. Ich glaube, die stehen ja einfach alle für an, Leute. Aber wir gehen jetzt erstmal reingucken. So, let's go. Wir lassen uns erstmal hier bei unserem Zuhause gucken. So, wir schauen erstmal natürlich zum Mitnehmen. So, der Burger. Okay, hier noch nicht. Wo ist der denn? Hä? Weiß ich auch nicht genau. Ey, Leute. Meint ihr, die haben den hier noch nicht? Die müssen den eigentlich haben, ne? Ja. Da würde ich sagen, lass mal kurz fragen. Hier ist der auch noch nicht drauf. Komisch, ey. Ich würde sagen, lass mal den fragen, dann sind wir gleich wieder. So, die haben die jetzt gerade da drüben gefragt. Die haben auch alle den Taki Burger schon gegessen. Wir holen die jetzt auf jeden Fall. Die muss man vorne dran bestellen. Wir machen das jetzt erstmal. Order Nummer 171. Ja, ich bin gespannt. Man kann das selber so gar nicht da ausnehmen, weil das alles noch so frisch und neu ist. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt gleich kommt, wenn der Preis bestellt. 15 Euro für bezahlt. Jetzt go, lass mal testen. So, Leute, ich kann jetzt auch, wenn wir erstmal dran sind. Was ist denn? Ey, ist unser Essen fertig? Alter, Homa. Oh mein Gott, Leute. Du bist Prime-Getränk mit Dings fertig. Alter, zeig mal. Alter. Digga, warte mal. Oh mein Gott, das ist die neue Prime. Was, Blue? Raspberry. Alter, richtig krass. Die neue Sorte von McDonalds. Von der Taki Burger. Warte, lass uns gleich mal essen. Komm, wir gehen in unser Zuhause rein. Ey, Leute, richtig fett. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich würde sagen, let's go. Wir essen das jetzt erstmal und trinken das mal. Ich bin gespannt. So, Leute, let's go. Lass mal angucken, den Taki Burger. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Wir haben ja zwei verschiedene. Oh mein Gott. Alter. Schau mal. Ey, das ist der Taki Burger. Willst du chicken oder willst du cheese? Oh mein Gott, hier auch. Das ist ein ganz neuer Taki Burger. Willst du cheese? Ja, okay, esst den mal. Beiß mal rein, wie schmeckt der? Oh mein Gott. Ich probiere den auch mal, Leute. Das ist der Hamburger. Wie gesagt, Hamburger Taki Burger. Der ist ganz neu. Der schmeckt richtig geil. Dass ich mich dann sowas rausbringe, hätte ich nie gedacht. Richtig geil, Leute. Der ist so saftig. Der schmeckt natürlich nach Takis, aber jetzt nicht so scharf, wie die anderen sind. Also ich muss sagen, es ist richtig nice. Ist natürlich ein bisschen teuer. Schreibt mir in die Kommentare. 5 Euro für einen Burger. Ob das zu viel ist? Aber sonst, wie ist es deiner so? Sag mal, ein Sterne. 1 bis 10, wie ist es da so? 5 Sterne. 5 Sterne. An der 1 bis 10 ist es eine 5? Nein, 10. Also auch bei mir eine 12. Total lecker. Wirklich. Kostet 9 Euro. So, wir gucken uns das erst mal genau an. Das ist das neue Getränk von McDonalds. Alter. Und denk nicht, dass es Prime ist. Das ist kein Prime. Mhm. Das ist ein klasse Prime. Das ist doch Prime. So. Was ich ja doch Prime brauche. So. So, Leute. Auf jeden Fall, guckt mal rein. Das ist immer so richtig blau. Alter. Ich weiß nicht. Ich trink mal ein bisschen, Leute. Und? Oh mein Gott. Das schmeckt wie Blueberry. Alter, das ist richtig krass. Warte mal. Ich will auch mal probieren. Und? Ey, Junge, es ist so fett. Probier du mal. Das ist so krass, ne? Ey, das ist die geilste Prime-Sorte, die es gibt. Ey, McDonalds so schlau. Einfach Prime rausgebracht. Richtig geil. Der Burger ist geil. Oh mein Gott. Schaut mal. Der ist auch wirklich blau, Leute. Ich zeig euch das mal. Schaut einfach selber. Guckt. Seht ihr das? Das ist wirklich blau. Digga, so fett. Richtig nice, Leute. So, Leotin. Das war richtig fett. Ich würde sagen, lass uns noch mal kurz zu dir gehen. Dann machen wir die Abmutter. Wie gesagt, ey, auch das Getränk. 10 von 10, Leute. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet. Und abonniert alle Leotin. Hast du auch geschafft? Ich habe den Abmutter. Ja, ja. Let's go. Machen wir. So, Leute. Ich werde dir auch nur Videos hochladen, wenn ich Bock habe und so. Weil ich mache das ja auch nur aus Spaß. Also nicht für Geld. Denkt nicht so. Also ich mache es ja auch nur aus Spaß. Genau. Und mit deinem Kanal kannst du ja aktuell eh noch kein Geld verdienen. Deswegen supporte gerne Leotin. Lasst es auch noch oben da, Leute. Und wie gesagt, wie oft die Videos kommen, weiß ich nicht. Dann, wenn du immer Bock hast, legst du was hoch, ne? Mhm. Genau. So, Leute. Wie gesagt, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir unten in den Kommentaren, wie findet ihr die Takisorten und vor allem den Prime richtig geil geschmeckt. Bestes Getränk von McDonald's. Bin gespannt, wenn es bei McDonald's zu kaufen wird, wie ihr es findet. Und denkt daran, abonniert Leotin. Ich würde sagen, das war's. Dankeschön, Leute. Ciao, Kost. Ciao, Kost. Ciao, Kost.